halli hallo hallöchen liebe leute willkommen bei einer weiteren aufnahme von shadow warrior mit mir eurem lachsack so ich würde sagen wir gehen weiter ok hier waren wir das war sogar die tür ich verstehe nur nicht warum wir die öffnen wussten egal es wird schon so etwas gut gewesen sein ich verstehe gerade den sinn nicht aber ok wir haben das kaputt gemacht um durch die tür zu kommen ach egal warte hätte ich fast vergessen das war schön viel energie ach da oben ich höre schon ich ankomme und gucken geht das bis dahin? nein geht das nicht das können wir machen da ist doch ein böse an links nehmen frau mich was das ist ja kommt kommt ruhig alle was ja noch eher zu boh jetzt ist euch nichts Der ist gerade sehr adrett gestaubt. Das ist fies, so kann ich nicht gescheit abknallen. Das ist schon besser. Ich hätte das Ding da oben doch mal nicht kaputt gemacht, egal. Jawoll, hat geklappt. Ich habe gedacht, ich treffe ihn nicht richtig. Mal weiter. Gucken. Wir haben rechts. Oder doch noch irgendwas passiert. Da können wir lang, wir können hier oben lang. Ich würde erstmal hier gucken. Wir müssen wahrscheinlich später lang. Können wir da durch das Bull-Aug was sehen? Wow! Was war das? Bull-Aug war das jetzt auch nicht wirklich, aber... Für Gott, wir müssen durchgucken. Was ist denn da? Da hat sich alles irgendwie ziemlich merkwürdig und seltsam und böse an. Hier können wir nicht durch. Okay, geht es dann lang? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Da ist doch irgendwo ein Viech, glaube ich. Ich habe es gesehen. Oh, ist das euer Ernst? Habe ich noch irgendeine andere Waffe, die hier... Das hier. Das hier. Man, ist das bescheuert. Ja, ja, komm. Bist du tot? Na ja, komm. Och du Kaspar. Verreck. Das ist doch nicht lieb. Das ist doch vielleicht dämlich. Jetzt können wir wahrscheinlich auch hier unten oder da oben lang. Hier nicht. Da geht's nach oben. Lass uns ein bisschen regenerieren. Ja, jetzt ist die Tür hier oben offen. Ich hab schon die ganze Zeit geboten. Wir haben diese Schuhe bekommen, okay? Gute Idee! Wir sollten uns zu der Lacken des Planens rechnen. Es funktioniert so weit. Das hört sich komisch an, oder? Ich bin gespannt, was das ist. Ja, jetzt schon mal unsere Schilder, Freunde. Zack! Ja, ich hab das hier gesehen. Das werde ich diesmal auch wieder nutzen. Na ja, komm. Guck, wie viele werden's denn? Hihihi. Was? Wo war ich nochmal? Ich wollt's grad sagen. Hehehehe. Facke, hier aufs Schild? Ist der sauer? Na ja, komm. Ich lebe nicht schlafen. Ich dachte grad, der... Ich dachte, der... Schlaf! Halt, anders so. Zack, Kopf ab. Ich find's immer noch seltsam, was die für ne komische Kacke da reden. Ui! Haha, gesehen! Fickinies! Schön beide getroffen. Haha, ja komm her! Oh, ich dachte, der wäre jetzt tot. Ist der Brocken, oder? Naja. Doch, er nicht. So, komm her! Och, tante Arma! Hallöchen! Ich hab dir was mitgebracht. Es war Schmerz! Oh, tante Arma! Aua! Besser! Passt das? Ja, das passt. Okay, das müssen wir betätigen. Tü, 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 tü. Feuerlöscher. Irgendwie wäre das witzig. Stellt euch vor, die Viecher würde ich mit einem Flammeer verangreifen, dann schnappt sich einer von denen im Feuerlöscher und löscht seinen Kumpel. Das wird doch schön Banane aussehen. Oh, das muss es gelesen sein. So, was habe ich jetzt gekonnt? Da hinten war, glaube ich, keine... Alles klar! So, da hinten war, glaube ich, keine Tür. Oh je, oh je. Hm, mal das in der Mitte an. Schießen. Jawohl! Kettenreaktion. Ist hier noch was? Schrank mit. Munizur, die ich nicht brauche. So, was ist hier noch? Hier ist... Hat einfach nur noch gefackelt vor dem grünen Kloß. Fette Schnecke. So. Ach, super. Ui! Hail to the king, baby. Granatwerfer, oder was? Cracky? Ja, ha, ha! Mit einem Glückskeks. Ich liebe den Geruch von Keksen am Morgen. Riecht wie Kekse. Das ist aus einem anderen Film. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Napalm. So. So, ich würde am liebsten schießen, aber... Ich sehe gerade, wir haben 3 von 3 Schuss und nur 7... Ich heb's mir auf. Das wird ne heiße Sache hier. Ich führe die... Achso. Ich führe das Feuerlösch-System. 3. Kann ich's wieder anmachen? Kann ich bitte... Kann ich's bitte wieder anmachen? Oh, oh. Nein, nein, nein! Nicht der Fette Schneck, man! Oh. Wogeglich teste ich's aber gleich, Junge. Du jetzt die Klappe. Ach, das ist auch der, der die sauer machen kann, genau. Muss auf die Hundeleine aufpassen, muss auf das auch passen. Muss auf das aufpassen. Muss jetzt generell etwas aufpassen anscheinend. So, aber wahrscheinlich wollten die auch den Gegner jetzt hier reinhauen. Den geht da rein, aber damit wir einfach mal den Raketen dafür testen können, weil den will ich aus sicheren Entfernung testen. Ich will auch aus mit diesen kleinen Protagonisten, die ihr tot wissen. Hier, du willst doch schon mal nicht mehr. Wie kannst du Scheißer denn noch leben? Hier, zack. Jetzt reicht's. Nur sieben. Ich schütte mal neuer. Wow! Das war heftig. Das ist mir jetzt aber das eine fies... Okay. Zwischen gekommen. Das Ding scheint ein irres Schlag zu sein. Wir machen gleich, was die Verbesserungen können. Hau ab! Schieß ich nochmal drauf? Ja. Überweck da! Kann ich irgendwas mit der zweiten? Zielen können wir nicht. Ich bin mal gespannt ab wie viele Schüssen er tot ist, aber ich würde mir lieber die Produktion fahren. Wie gesagt, das interessiert mich grad voll. Was? Wow, okay. Haha. Wie er einfach aufhaut. Jetzt will ich noch ein bisschen Energie ziehen bei dir. Nicht, dass er gleich tot ist. Wir haben doch nicht viel Energie wieder verloren. Nein, das soll sie nicht machen. Aber das soll sie machen. Warte. Machen wir es halt aus einer etwas größeren Entfernung. Ich hätte wie gesagt gerne volle Energie. Keine Ahnung, ob wir noch drei, vier da nachkommen. Ich könnte das Spiel so einschätzen. Einfach nur um uns zu sagen, hier versuche ich jetzt mal die neue Waffe. Schnell weg, bevor er wieder seinen Ar... Oh, eher eine Waffe. Ich kann keine richtig... Ich kann nicht richtig Energie saugen. Assi! Allein ist er. So. Naja, bin ich schon die Ungeleidigung. Hä? Das kommt, ein Schlag darfst du noch aushalten. Jetzt darfst du sterben. Soll ich Raketenwerfer nochmal nehmen? Was denn? Ja, das hat ihn getroffen. Nein, das hat sie nicht machen. Daneben. Gut. Ich habe es schon gehört. Es muss die Flugstaffel kommen. Es geht gar nicht anders. Er hat gerade so wunderbar zusammengestanden. Ich muss die Attacke noch weiter aufladen. Hat sie den einer mitgetroffen? Nein, leider nicht. Okay. Wow! Der war sauer. Ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Was? Ah! Fette Schnecke. Will mal hin. Kannst du mich an Zilla holen? Ich kann ihn nicht holen. Aber wenn ich genug Viecher bekomme, kann ich wahrscheinlich den nächsten Whisperer sehen. Zilla hat die Spiegel. Also der Whisperer kann nicht weit weg sein. Okay. Ach. Ihr könnt mir jetzt ruhig richtig schön viel Raketen reinpacken. So, das Spiel. Soll das gut machen. Ihr wisst, was ich meine. Den Kopf kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe hier irgendwo ein Haltungspäckchen übersehen. Mal gucken. Da. Das war so okay mit dem ganzen Zeug. Mhm. Trabbe nach oben? Ich muss mich nur Slick gucken. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö spiel gibt jetzt habe ich keine das mit dem für noch eins wartet mal bitte gott gut muss man wussten so ich bin ich bin ich habe mich gerade gewundert aber ich bin ja im rundgang gemacht wir haben alle waffen spiel gibt finde ich schade weil ich hätte mir gerne noch einen scharfschützengewehr gewünscht wie gesagt aber was soll's ich würde sagen ihr könnt mir jetzt ruhig weiter raketen geben und zack rakete eine dass die kohleut ich habe es noch gehört aber du als ob einer stelle schon mal waren irgendwelche zerstückelten teile einfach mit den fischern gerade ich habe doch gar nichts gemacht jetzt wahrscheinlich weiter das ding jetzt anschließend können hier zu erinnern denke ich mal ich habe gerade so oft eine tasse gedrückt da hat er gemeint gehabt ich müsste mal ganz kurz die stören gut dann gehen wir aber noch nicht hier irgendwo durch hier denke ich mal jetzt dann weiter aber was man da hinten was ich hoffe dass das richtig ist dass wir durchkommen dass hier angst das ist auch schon wieder so ein großer raum ja gut ich würde sagen ich bin erstmal die aufnahme und wir sehen uns in der nächsten folge bei shadow warrior mit mir eurem nachstag